Ein wesentliches Merkmal totalitärer Systeme ist der Einsatz von Propaganda durch die Herrschenden. Was das mit der aktuellen Situation in Deutschland zu tun hat, erfahrt ihr in 10 Sekunden. Und warum spreche ich jetzt über Propaganda? Ganz einfach. Seit 1945 ist das Volk in Deutschland, zumindest im Westen von Deutschland, niemals einer so massiven Propaganda durch Regierung und regierungsnahe Stellen ausgesetzt gewesen wie in den letzten Monaten. Schauen wir uns einfach mal die Definition von Propaganda an. Wikipedia schreibt dazu, Propaganda bezeichnet in seiner modernen Bedeutung die zielgerichteten Versuche, politische Meinungen oder öffentliche Sichtweisen zu formen, Erkenntnisse zu manipulieren und das Verhalten in eine vom Propagandisten oder Herrscher erwünschte Richtung zu steuern. Wie das in der Praxis aussehen kann, das zeigt uns zum Beispiel die Bundesregierung auf ihrer Facebook-Seite, gerade vor einigen Tagen erschienen, eine Grafik, aktuelle Daten, geimpfte und ungeimpfte Covid-19-Patienten in Krankenhäusern im Vergleich. Die Kurven zeigen, wie natürlich erwünscht, dass die Anzahl der geimpften Patienten in den Krankenhäusern deutlich geringer ist als die Anzahl der Ungeimpften. Ja, als unbedarfter Leser würde ich natürlich davon ausgehen, dass diese Zahlen uns das gesamte Bild in deutschen Krankenhäusern zeigen. Aber weit gefehlt. Wenn wir nach unten links schauen, sehen wir dort Altersgruppe 18 bis 59 Jahre. Das macht einen Unterschied, weil das Geschehen in der Altersgruppe der über 60-Jährigen natürlich ganz anders aussieht. Und das ist auch die Gruppe, die am meisten geimpft ist. Hier beginnt bereits Propaganda. Die Bundesregierung zeigt uns nicht das ganze Bild, sondern es zeigt uns den Ausschnitt des Bildes, von dem sie gerne hätte, dass es uns dazu bringt, in eine gewünschte Richtung zu denken oder zu handeln. In dem Fall, wer es noch nicht hat, sich impfen zu lassen. Das Problem an dieser Form von Propaganda ist die Haltung, die dahinter steht. Manipulation ist immer der Versuch, die freie Entscheidung, den freien Willen des Menschen zu umgehen, um ihn dann zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Und diese Haltung ist keine Haltung, die eine demokratische Regierung dem Souverän, dem Volk gegenüber einnehmen kann. Die Aufgabe einer Regierung ist es, die Geschäfte des Landes zu verwalten. Kommt im amerikanischen Sprachgebrauch auch ganz gut zum Ausdruck. Dort heißt es Administration für Verwaltung. Wenn ich aber versuche, den freien Willen des Menschen zu umgehen, zu manipulieren, um ihn zu einem bestimmten Verhalten zu bringen, dann ist das nicht Administration. Dann ist das nicht Regier. Dann ist das eine Form von Herrschen. Und diese Form zu herrschen, drückt ein totalitäres Verständnis davon aus, was Politik zu tun hat. Wir haben in Deutschland ein demokratisches System. Wir haben ein Grundgesetz. Wir haben Gewaltenteilung. Wir haben ein Verfassungsgericht. Das alles hat seine Webfehler. Aber in groben Zügen ist es demokratisch. Aber in diesem System haben sich Menschen eingenistet, die das ganz anders sehen. Politiker, die sagen, wir nehmen hier eine ganz andere Haltung gegenüber dem Volk ein, als es eine Demokratie vorsieht. Nehmen nämlich die Haltung ein, dass es ihre Aufgabe ist, den Menschen dazu zu bringen, so zu handeln, dass sie ihre politischen Planziele erfüllen können. Für mich gibt es da zwei Denkweisen, die da vielleicht dahinterstehen. Die eine ist, es ist diesen Politikern einfach scheißegal, was das Volk denkt und was es will. Sie haben hier die Mittel, ihre Pläne durchzusetzen. Und das machen sie über Manipulation und das machen sie natürlich auch noch über andere Zwangsmaßnahmen. Die andere Haltung kann sein, ja, das Volk ist einfach zu doof, selber zu entscheiden. Deswegen müssen wir, die Politiker, in unserer unendlichen Weisheit, ihnen diese Entscheidung einfach abnehmen, indem wir sie manipulieren und sie dazu bringen, das zu tun, was wir als Politiker für das Richtige halten. Beides ist keine demokratische Grundhaltung, beides drückt eine Haltung dem Volk gegenüber aus. Hier die tollen, weisen Politiker und hier das dumme Volk, das gefälligst zu horchen hat. Und man merkt das auch im Sprachgebrauch, wenn erwachsene Menschen versuchen, mich von einer Impfung zu überzeugen, indem sie mir sagen, das ist ein Pieks. Dann werde ich als Bürger in meinem freien Willen von diesen Leuten nicht ernst genommen und das nehme ich übel. Und es geht hier längst nicht nur darum, lasse ich mich impfen oder lasse ich mich nicht impfen, will ich mich impfen lassen. Freie Impfentscheidung ist ein ganz kleines Puzzleteil in dieser Geschichte. Denn wenn sich ein totalitäres Denken oder ich fange noch früher an, wenn sich totalitär denkende Menschen in einem System mal festgesetzt haben, dann gehen die nicht mehr weg. Wenn sich totalitäres Denken in einer Regierung festgesetzt hat, wenn sich totalitäres Denken auch in einer Gesellschaft so festgesetzt hat, dass es nicht mehr als totalitär erkannt wird, oder dass es sogar beklatscht wird, weil es ja ein großes übergeordnetes Ziel verfolgt, dann ist die Demokratie als solche in Gefahr und dann ist die Freiheit aller Menschen in Gefahr, egal ob geimpft oder ungeimpft. Und dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen. Lasst euch diese Propaganda nicht gefallen, wo ihr sie seht, widersprecht und steht auf. Schließt euch Protesten an. Wenn wir jetzt hier von Zwangsimpfungen und so weiter reden, wie es in Österreich womöglich tatsächlich im Februar der Fall wird, all diese Dinge, dann müsst ihr Widerstand leisten, wenn euch an der Freiheit in unserem Land gelegen ist. Es geht längst nicht nur um Impfen oder Nicht-Impfen. Es geht darum, setzt sich in unserem Land Totalitarismus durch oder tut er es nicht. Und da müssen wir alle uns dagegen stellen. Da dürfen wir uns nicht spalten lassen, sondern da müssen wir stehen wie ein Mann, wie ein Volk.